Falls die Figur zwischen zwei Aktionen eine Pause einlegen soll, finden wir in der Kategorie Kontrolle den Befehl Warte für eine Sekunde. Hier können wir den Wert ändern und bestimmen, für wie viele Sekunden die Figur eine Pause einlegen soll. Um es vorzuführen, wähle ich eine weitere Aktion aus. Jetzt können wir uns das Ganze im Vorführmodus anschauen. Ich klicke auf die Figur und nach drei Sekunden wechselt sie die Animation.